Norddeutscher Rundfunk 2021 Lange, Neville, 1 zu 0. Und dann ist es passiert. Stefan Kunz, 70. Minute, sein sechstes Tor für den VfL. Und das kann ganz bitter werden für Hansa. Peter Peschel, hinein in das Rostocker Unglück. Toller Hackentrick Neville, Weiland und Agali. Der FC Hansa Rostock gewinnt bei VfL Bochum mit 3 zu 2. Und hat sich damit den Klassen erhalten gesichert. VfL Bochum. Vorher, Vorher! Vorher, Vorher! Vorher, Vorher, Vorher! Vielen Dank.